Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die Stimmung an der Wall Street hat sich seit Donnerstagabend verschlechtert. Die kurzfristigen Bewegungen, die wollen wir mal ins Gesamtbild einordnen. Bevor es losgeht, wie immer, der obligatorische Risikonweis, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollte sich natürlich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Legen wir direkt los. Wir fangen mit dem 4-Stunden-Chart an und zwar sehen Sie hier den S&P 500. Der S&P 500 hat seit Donnerstagabend nachgegeben. Am Freitag konnte die lokale Unterstützung bei 4.137 Punkten zweimal verteidigt werden. Zu Beginn der neuen Woche kam es jedoch zum Bruch nach unten und damit wurde die dreitägige Gewinnserie beendet. Und im Wochenchart war der Bruch über das 78,6% Retracement der langfristigen Abwärtsbewegung nicht nachhaltig. Der Anstieg seit Oktober ist also keine Trendumkehr, sondern eine starke Erholung bzw. eine Aufwärtskorrektur. Einen Richtungswechsel würde es erst geben, wenn das August hochdurchbrochen wird. Der Abstand hatte sich verringert. Das ändert aber eben nichts an der übergeordneten Trendrichtung. Was schließt sich da heraus? Wir gehen nochmal in den 4-Stunden-Chart. Kurzfristig gibt es durch den starken Anstieg der Vorwoche ein Ungleichgewicht am Markt. Das heißt, die kurzfristige Unterstützung hier hat zwar nicht gehalten, bedeutet aber nicht, dass die Bullen schon aufgegeben haben, sondern wir sehen, dass hier die Struktur übergeordnet zeigt, dass wir möglicherweise noch mehr Spielraum nach unten hätten, also für Korrekturen, ohne dabei den Aufwärtstrend zu gefährden. Und dieses Ungleichgewicht am Markt könnte also dazu führen, dass der Markt in den ursprünglichen Korrekturbereich reinkommt und von da aus vielleicht nochmal durchstartet. Das heißt, ich würde sagen, die Bullen haben noch nicht aufgegeben und die Frage ist jetzt, wo die Korrektur gestoppt werden kann oder ob sie überhaupt gestoppt werden kann und ein Bruch unter dieses Tief könnte dann zu deutlich mehr Verkaufsdruck führen. Das war es von mir. Mehr Analysen und mehr Hintergrundinformationen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.